Der Ort liegt an der A93, der Sachsenmagistrale, Sie trennt, Höchstädt und Tierstein. Auf einer Basaltkuppel mitten im Ort liegt die Burg Ruine. Hier war das Schlossbergmännlein zu Hause, das die Bewohner ständig neckte. Diese Aufgabe haben inzwischen andere übernommen. Die Magrafen besaßen die Burg bereits 1414 als Amtssitz. Scheinbar war sie sehr unwohnlich, denn 1608 wurde sie aufgelassen und es wurde ein neues Amtshaus außerhalb des Ortes gebaut. Die Mauern wurden teilweise als Steinbruch genutzt. Der Bergfried blieb erhalten, weil er als weithin sichtbare Landeswarte genutzt wurde. Auch in Richtung Osten hat man einen abwechslungsreichen Blick in die Umgebung. Deshalb entstand hier ein beliebter Wohnmobilstellplatz. Musik Musik Der malerische Marktplatz steht unter Denkmalschutz. Hinter dem Rathaus wurde ein Dorfladen eingerichtet. Ein Versammlungsort des Dorfes, in dem man nicht nur einkaufen, sondern auch einen Plausch bei Kaffee und Kuchen führen kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020